Schaui Leute Jo Leute was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit WDB7 und eurem Gamerbrother Freunde heute gibt es mal wieder ein freshes Best Of von dem absoluten Legenden Stream gestern Vielen Dank, 8 Stunden waren wir live, ihr habt das Ding gerockt und supportet Kuss geht auf jeden Fall raus, war ein heftiger Stream Ja und wir hatten verrückte Sachen am Start Player Picks die absolut gegönnt haben, eine absolute Bug Lighting Round von EA Sports die man unendlich ziehen konnte Also das war ganz komisch Währenddessen gab es ja diese 2 für 1 Packs Also es war auf jeden Fall sehr sehr wild, Weekend League war alles dabei Und Freunde hier seht ihr auf jeden Fall die besten Momente und die besten Packs von gestern Würde mich freuen wenn ihr das Ding wieder supportet, lasst ein Like da, 10.000 Likes, glatt wäre Ehre Und heute Abend um 18 Uhr kommt auch die Spring Edition von meinem Partner Level Up raus 18 Uhr ist das ganze Ding verfügbar und dazu gibt es auch noch eine Fresh Aktion Und zwar mein Level Up Rabattcode den ihr auch hier eingeblendet und in der Beschreibung findet Der geht auf 30% hoch Das heißt ihr könnt bei Level Up auf jeden Fall richtig nice rein shoppen Unter anderem die Spring Edition die eben wie gesagt um 18 Uhr rauskommen Also checkt das Ganze auf jeden Fall ab Freunde Level Up wäre jetzt auch schon länger mein Partner Gibt sehr sehr viele geile Gaming Booster die ihr abchecken könnt Mein absoluter Favorit ist aktuell das gute Stück hier Die Nuclear Galaxy Edition Freunde Die beiden geilen Geschmäcker kombiniert Sehr gerne mal reinschauen Freunde Wenn ihr euch so ein Ding hier holt habt ihr da insgesamt 40 Portionen drin Die kosten ja normalerweise 40 Euro Und seid dann eben bei einem Gaming Booster bei einem Preis von unter 1 Euro Mit dem Rabattcode jetzt natürlich noch günstiger Könnt ihr sehr gerne mal abchecken Die Teile haben weniger Zucker als herkömmliche Energy Drinks Also gerne mal reinschauen Freunde bei meinem Partner 18 Uhr ist Release Und jetzt ja viel Spaß beim Video Gönnt euch Wochenende Freiburg klatschen Wir waren nie weg Funky ich sag's dir so wie es ist Wir kommen in die Conference League Conference League Europa League Walkout Nummer 1 Und der spielt nächstes Jahr auch Euro League Hahahaha Huch Habt ihr gute Laune Tut mir leid Sorry Dortmund Fans Bitte nicht Bitte nicht triggern Bitte nicht klippen Und mich auf Twitter roasten Okay Gönnt doch mal Gönnt doch mal Warum gönnt ihr nicht Ja Walkout Nummer 2 Wo seid ihr denn Wo seid ihr denn Huch Ja doch Gündogan POCM hab ich gemacht Oh Let's go alter Tom Junge Du Maschine Wir sind doch da Bruder Wir sind doch da Junge Walkout Nummer 3 Und ist sehr stabil EA Account Let's go man Der ist ultra krass Was kostet der noch Ja guck mal 400k noch Junge ich hab mich früher immer mit dir gefreut Aber seitdem du gefühlt In jedem Weg den besten ziehst Leg ich so sehr Auge Danke Niklas Dein Hate macht mich stärker Dein Hate macht mich stärker Walkout Nummer 4 Henderson Da kann man auch mal aus sich rauskommen Und sich auch mal freuen So ein Ligenbezogener oder Eigentlich werden mal Ligenbezogene Player Let's go Digga der ist auch gut Chad Wir sind doch da Walkout Nummer 5 Quadrado Man of the Match Mitnehmen Alter Stabil Guck mal hier Guck mal hier Ja okay Aber ist okay Ist okay Oh Oh Walkout Nummer 7 Walkout Nummer 8 Freunde Trend AA Warum so viele FIFA Points Neues Event Ja ich dachte dass bei den Put Player Days Dass man da vielleicht mehr als 3 Packs pro Lightning World bekommt Aber Dem scheint nicht so zu sein Komm mal her Was ist denn das Welcher Ist das Walkout Nummer 9 Ist das Walkout Nummer 9 Chad Oder Ja wie viel das ist das Aber es ist stabil Nehmen wir Der war krass Ein Klassiker Alter Oh mein Gott Digga What the fuck Alter Tom Junge Bruder Was ist denn los Wer hatet hier diese Player Picks Wer hatet die Player Picks Geht mal weg Da bist du doch Let's fucking go man Bruder Alter Real Madrid Legends Team Just saying Der kommt so mit auf die Bank Junge Alter Let's go Chad Let's go Chad Junge Was geht denn ab Oh 19 Uhr Wer meint du Lightning Rounds Oh 10.000 sogar Boah Da werde ich aber viele Packs abkriegen 10.000 Packs sogar Krass Also da Jetzt wird es ja richtig abgehen Chad Also jetzt könnt ihr euch auf eine Pack Eskalation freuen Das wird ja der helle Wahnsinn Kriege ich noch eins Boah Nur ein Pack weg Hä Digga Warum 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 schoben die denn so Warum machen die denn 10.000 Packs nur Richtig recht Zwei Packs erst weg Ich ziehe die alleine Chad Ich Wie ihr seht Ich bin der Grund Dass EA finanziert wird Ich bin der einzige der die zieht Kein anderer zieht Kein anderer hat Bock Lol was ist das denn Hä Was ist denn das Was Hä Löl das hab ich noch nie gesehen Hä Ich glaub EA Mitarbeiter hat extra Lightning Round für mich gemacht Jawohl Skipp ich direkt Ist normal Skipp ich Ich muss meine eigenen Packs weiterziehen Ja Bus geht's Hä Hä what the fuck Hä Hä Das sind das gestellte Digga da geh ich jetzt aber rein Man kriegt immer noch ein 50k Packs gratis dazu Da muss ich reingehen Jawohl Junge Unendlich Packs Ich bin da Geld 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 Ja Jungs da müssen wir uns ein bisschen dran halten Bis wir die 10.000 Packs schaffen Kann ein bisschen dauern Aber wir haben noch 57 Minuten Zeit Um 9993 50k Packs zu ziehen Ey alles entspannt Alles entspannt Macht es doch nicht bei 50k Packs 50k Packs sind andere Grütze Bei mir steht 10.000 Ey aber Messi Wie geil wäre ein Messi auf den Drop gewesen Aber Messi ist Special Card Wäre ein Messi auf Drop geil gewesen Seid ehrlich Ey Tisi Kommt mit rein Junge Hier gibt's Packs Hier gibt's Lightning Round für jedermann Jeder kann ziehen Hier ist für jeden was dabei Tisi kommt mit rein Das wird dieses andere Pack Opening Ich seh dich morgen beim Arbeitsamt Oder ich seh mich morgen mit 35 Millionen Coins auf der Uhr Ja siehste mal Icon jetzt Schade So 20 Uhr 10.100 K Packs Ey es wäre geil wenn die wirklich wieder so endlos ist Das würde ich fühlen Walkout Oh ich hab aus Versehen geskippt Das wäre E-Champions League Weg Weg Kameral Brauchen wir nicht Ah anscheinend noch gar nichts weg Okay Anscheinend noch gar nichts weg Nächster Walkout Wieder Champions League Weg Ja die ziehe ich nicht alleine Guck mal so schnell kann es nämlich gehen So schnell kann es nämlich gehen Wenn es 100 K Packs zum Preis Zwei Stück zum Preis von einem gibt Dann kriegst du aus der ganzen Lightning Round Nehme ich insgesamt drei Packs Ja So ist das nämlich Wenn das halt eine echte Lightning Round ist Karahal ins Team Ne Bruder Oh 21 Uhr Abfahrt Bruder 10.000 Packs Ich kann zwei Packs öffnen Was soll das denn werden Was soll das denn werden Ich skipp die Ich skipp die so schnell wie es geht durch Aber ich werde zwei Packs öffnen können Super Ich werde kein weiteres Pack kriegen Ich sag diesen Pack Ja 1500 Ja Bruder ey Was willst du denn mit solchen Lightning Rounds Also wenn dann halt richtig ne Das verstehe ich halt nicht alter Also die 2 für 1 Aktion ist ja echt cool Aber warum bring ich denn 10.000 Packs alter Das ist so wack ne Aber wirklich seit 2014 wusste ich dass du New York warst Hä ich hab sogar New York Vlog gemacht Ja aber gut Muss man auch dazu sagen Den Vlog kam damals Ich glaub der hatte 500 Aufrufe Was willst du machen alter Damals halt nicht Fame gewesen Digga ich wusste es Man kann bei Spanien Innenverteidiger Man kann nur Piquet ziehen Man kann nur Piquet ziehen Es ist so Du kannst nur Piquet ziehen Ey Chat ich hab grad so gute Laune Hilfe alter Die Weekend League ist vorbei Ich hab Gold 1 gejobt Und ich hab so gute Laune alter Es ist ganz eigenartig Und ich habe keine chemischen Substanzen zu mir genommen Ich sag Barbie Ist so Ich kann keinen Kane Ich krieg die gammelige Version Alpha Banane 100 Euro Mit bezahlten Gebühren Ohne was zu schreiben Alpha Banane Für dich ist der Walkout Ruhig Aua Alpha Banane Bitte nicht persönlich nehmen Bitte nicht persönlich nehmen Dass deine Donation Nen 87er Killini zu Folge hat Was ist denn los alter Dankeschön für die ganzen Donis Okay Handheben angesagt Ich wurde weggefrontet Täter hier hast du 11 Euro raus Dein Stream ist eine 19 von 11 Wie deine Weekend League Vielen, vielen Dank man Die Sauna ist jetzt glaube ich bezahlt Können wir abhaken Hab mein Ziel erreicht für den Stream Walkout Ruhig Ich zieh grad einen Vardy Ich hab's nicht verdient Ich hab's nicht verdient Hab ich nicht verdient Ich hab ein Walkout verdient Portugal Ich muss raus 27,99 Euro Weil alle hier spenden Wurde ich leider auch gezwungen Bin ein gebrochener Mitläufer Bruder Dankeschön Alter Jonas 31 Auch nochmal mit 28 Euro Ohne was zu schreiben Vielen, vielen Dank euch Wir haben ein Walkout Ruhig Ah ne Koulibaly Teunis 25 Euro Digga Dankeschön Bruder Dankeschön Digga Ich weiß dass du auch schon sehr lange am Stab bist Ja Walkout schonmal gut England schonmal schlecht Trent Arnold schonmal sehr schlecht Ey Jet Dankeschön Dass wir grad nochmal kurz die 941-Gart zusammen hatten Hab euch lieb Danke an alle neuen Leute Die dazugekommen sind Vielleicht schaffen wir sie ja nochmal heute Ja aber Messi ist ja eh special Messi ist halt eh special Was willst du machen Paolo Paolo Di Balla 8 Minuten Bestoff ist im Kasten 8 Minuten Bestoff ist im Kasten Schönes Ding Schöne Sache Harry Schöne Sache Gut Gut 8 Minuten Check Geld kommt